. . . . . . . Jo Freunde, hallo herzlich willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong. Jetzt im Mysterienforst Plus. Ich glaube, vorletzte Welt. Bevor wir eigentlich noch die Profisachen machen mussten, denn wir sind dann bei... Äh, danach haben wir noch, glaube ich, die komische Stadt. Ah, okay. Ich darf nicht drauf springen. Jupp! Wuhu! 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 Nee, 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 komm her. Danke. Wuhu! 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 zu spät gesprungen schade ich dachte ich schaff's so der erste schon mal weg ja Und geschafft. Auch mal wieder so ein supples Dinger. Wenn das Timing stimmt. Naja. Oh Mario. Here we go. Wir müssen wieder. Nöbel drücken. Ah, ich hab's gewusst. Warte mal. So, ich selber kann. So, Moment. Ah ne, ich selber. Ah, es war klar. Ja, ich hab's gewusst. Uh, das war knapp. Auch ziemlich ärmer wieder. Alles nur eine Frage des Timings. Und trotzdem stelle ich mich manchmal doof an. Oh, yeah! Und wieder Bob-Obs. Here we go! So, ich muss da freispringen. Verdammt. Oh, ich muss ja draufspringen. Mann. Echt jetzt? Ich war da drauf. Oh, ja. Oh, ja. ich brauche den blauen das war knapp Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, wie ich's gelesen hatte mit 120 Leveln. Ich hab's gewusst. 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 Wir machen das. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das konnte ich gerade nicht mehr verhindern. Das war ein Eigenfehler. Ich habe übersehen, dass die Kanonen waagerecht standen. Na los. So, Konzentrationen. Warten. So, Konzentrationen. Wieder warten. So. Echt jetzt. Ich glaube, den hätte ich jetzt gar nicht mehr rauskriegen können, oder? Oh, das ist schwer zu sein. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt? Echt? Es geht doch. Über zwei Minuten pur, kannst du fast sagen. Meine Fresse. Eigentlich total einfach, wieder mal. Timing, Timing, Timing. Fledermaus, hä? Erkackt mich voll bestimmt, ja. Die sind gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Das war jetzt wieder eine fiese Nummer. Oh, komm, ich war da drüber. Schon wieder Game Over? Ja. Here we go. Erkackt mich voll. Erkackt mich voll. Ich muss die Mutter locken. Ich bin nicht so lange gestruggelt wie bei der Welt davor. Eine Fresse. Oh yeah! Ja, bitte leben, her damit! Okay, ich muss die Mutter kaputt machen. Ach, muss reichen. Nein! Als ob ich das Level nochmal machen würde. Von wegen. Ich bin nicht so lange. 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 Ich muss mal testen, ich muss relativ ab jetzt alleine. Genau. Uhuhuhu, danke. Uhuhuhu, danke. Momentchen mal. Ach, bin ich doof. Hm. Hab meinen Fehler gesehen. Ach verdammt mich, der darf ja nicht mehr runterkommen. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, wiederhängt ich ziemlich so gut. Oh, ja! Oh Doch ziemlich einfach So Freunde Damit wie immer recht herzlichen Dank Dass ihr dabei gewesen seid Ich hoffe ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein Wenn es wieder heißt Mario vs. Donkey Kong Hier auf meinem Kanal Lasst einen Daumen hoch da Schreibt was in die Kommentare Empfehlt mich gerne weiter Ansonsten wie immer Ciao ciao Entweder hier oder bei In meinem Let's Play